Hurra! Heute ist Casual Day. Ne, wahrscheinlich sind die voll gut jetzt alle. Geh voll ab. Ach Quatsch, die bascheln wir jetzt. Ich hab Metal Mario, ich spiel jetzt auch vor dem wie jeder. Ich spiel jetzt, ich spiel jetzt Rosa Gold Peach. Ja, wirklich? Wir sind so richtig assis, ey. Wobei, ne, wenn wir richtig assi wären, dann würden wir dann entweder den fetten Koopa spielen oder den anderen Typ da. Schaut allerdings. Guck mal an deine Map. Ja klar, meine Map, wie immer, ne? Ich kann ja auch so sagen, ich bin jetzt wahrscheinlich immer erster, zweiter und werde dann verlieren. Ja, aber vor der Tür wollte ich gerade sagen, aber vor dem Ziel nicht. So. Jetzt mal auf dem Controller gucken, was jetzt A und B ist. Das ist gar nicht mehr, wie das ging, ey. Du bist ja rechts neben mir, Rosaline war... Ne, du bist ja nicht Rosaline. Das ist ein Metal Mario. Ne, ich bin hinter dir. Guck mal, da ist Toadette mit weg. Gebashed. Geiler Pilz. Wird sie geramed, wird die richtig geramed. Hä? Kommt der Rape Trainer an? Wenn du... Wenn du mit dem Friseur Videos machst, ist das so niveaulos immer. Ja, das ist sehr niveaulos mit dem Friseur immer. Ey, WTF. Na klar. Stoß mich weg, Digga. Dritter. Jetzt geht's ab. Gepashed. Damn. Da vorne ist der andere, der wird auch gepashed. Oh. Nice. Alter, du hast mich gerade direkt vor dem Speed-Ding weggestummt. Sonst wäre ich jetzt wieder ein Zweiter gewesen. Also, wenn die komischen Noob-Sets vor uns sind, dann kriege ich Anfälle. Die komischen Noob-WTF? Mutter Frasier war da gerade. Was war denn das, Alter? Weiß ich nicht. Ich hatte irgendeine Grünschel getroffen, mal einfach so, weil ich es lustig fand. Oh Gott, ich bin wieder ganz, hab ganz gut aufgeholt. Dritter, dritter. Sieht ganz gut aus gerade. Solange es nicht jetzt irgendwie gerade noch sonst was kommt. Jetzt geht's los hier. Oh! Zack. Zack. Da vorne war der Erste, ne? Hast du gesehen? Ja. WTF? Max, wie hast du mich jetzt überholt? Wäsch'n. Späsch'närzt, Digga. Jetzt wäre ich wahrscheinlich schon wieder, keine Ahnung, Achter oder Neubisch. Wahrscheinlich, ich bin Zweiter. Sag mal, wo ist denn der Erste eigentlich? Sonst wo. Echt? Glaub ich zumindest. Ja, ich bin Zweiter. Komm, den überhol ich noch, den überhol ich noch. Alter, der Hitler ist vor mir, ey. Wirklich? Wirklich? Ja. Der ist für den Vierter, du bist Zweiter. Der ist direkt zwischen uns. Wir haben übrigens jetzt schon, wie lange haben wir keine Mario Kart mehr gespielt? Einen Monat, oder? Locker, ja. Ah, das ist das erste Mal wieder seit einem Monat, dass wir spielen. Das ist aber so ein Game, da musst du nichts können für einen. Nee, das stimmt. Das hat man ja wieder gesehen, ne? Wobei, es gibt halt echt Noobs, die kriegen es noch nicht mal das hin. Also, wenn man echt noch nicht mal Mario Kart hinkriegt, da sollte man sich wirklich Gedanken machen. Ist doch wirklich so. Also, wenn man wirklich schon mal Mario Kart so abkackt. Das stimmt. Es ist, nacht sich bitte. Etwas nach sich, das ist eh's Beste. Ja, da hast du recht, ey. Schon wieder dein Bestreck? Ja, ich bin's halt, Mann. Random Generator gefaked hier. Na klar, gehackt. Ich hab alles gehackt hier. Bashen. Aber sowas von Bashen. K.K. Man hat immer so viele Franzosen hier, wenn man Mario Kart spielt. Ich weiß, ich spiele die mehr Mario Kart als andere. Würde ich mal so sagen, ne? So, guck mal. Da ist er. Da liegt der Hitler. Gehst du weg? Was bin ich? Von's abhauen. Was haben wir jetzt? Ich hab' ich gebashed von hinten wieder, von irgendwas. Nice. Ich krieg' wieder keine Münzen ab. Ah, geil. Scheiße. Ganz knapp hätte ich jetzt den Boost gekriegt von dem Typen. So, das war vielleicht jetzt dumm. Der kann eben richtig geil jetzt abkürzen. Scheiße. Roter Shell, wahrscheinlich deiner wieder, Max, ne? Ne? Nein, nicht. Da ist der Hitler wieder. Ich seh' dich. Ist da vorne, ja? Stell's rum. Ja, aus dem Weg. Das ist kein weggekockt hier, Hitler. Kacken. Und, was hast du? Dreierpilz? Okay. Oh, das gibt's nicht, ey. Geil, blaue Shell am Start. Und, Münz, was? Ey, Mistgeburt. Nein, ich fall' ne Scheiße zusammen. Oh, Blitz. Oh, jetzt kommen wir auch noch einer mit nem Kugel, Willi, na? Ja, das ist alles, was fair, grad wieder. Oh, ich wurde überfahren, seit wann kann man denn vom Blitz noch überfahren werden? Wusste ich auch nicht. Ich wurde gerade echt überverwissen. Früher wurde man doch so platt, ne? Ja, ja. Wie alt, Mario Kart. Ja, und das ist jetzt gerade wieder so gewesen. Ja. Einer ist direkt über mich drüber gefahren und ich war platt. Ey, der Hitler ist vor uns. Das gibt's doch gar nicht. Ich seh's. Nein! Nein, ich bin runtergefallen. Ich schnuck. Voll schlecht. Du bist aber auch immer die ganze Zeit auch irgendwo bei mir. Du bist auch nicht viel schneller. Ich hab' dich gerade überholt. Zack, weggesturpt. Die Toilette. Mit dem Pilz, ja. Die WTF, warum sind wir fitter? Dritter, Vierter sind wir. Warum? Ah, fünf, doch. Da kommt von hinten übertrieben was angestellt. Ist gerade jetzt Pilz, ja. Oh. Oh, nee. Max. Nice, nice. Digga. WTF, der hat mich denn jetzt überholt? Ey, hast du gesehen? Der hat's übergeworpt. Ja, ja. CF. Ich bin zweiter geworden, weil ich die Pilz gerade anhatte, wo geblitzt wurde. Nice. Hä? Der ist, der ist, der halben Kilometer ist der geworpt. Ja, ja. Der Mario, ne? Der ist vor allem und dann da gewesen. Krass. Stopp ist einfach lag. Münster. Oder hack. Gehackt, alter. Ah, Mario Kart hack. Das wäre das letzte, oder? Wenn es Leute gibt, die in Mario Kart hacken, um zu gewinnen. Es ist halt schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob es für die Wii schon, äh, für die Wii irgendwelche Mod-Möglichkeiten gibt. Kann schon sein, ne? Aber selbst wenn, warum sollte... Mensch, das ist Mario Kart. Das ist Mario Kart, ja. Warum sollte man jetzt hier hacken? Alte Leute tun echt alles, um zu gewinnen, ne? Ja, ich finde es halt, das ist, das ist ja nicht hacken, das sind ja, die machen das ja nicht selbst. Die, die laden sich dann irgendwas an Anleitung runter, ne? Weil ich glaube, bin mir nicht sicher, ob es überhaupt für die Wii U schon was gibt. Ich glaube, ne. Die Wii U ist eine ziemlich gute Konsole. Aber für die Wii gab es halt ziemlich schnell was. Ja, ja, klar. Paar, paar Wochen nach Release, ey, fast. Da waren die Hacks sogar auf irgendwelche Spiele-CDs drauf. Ne, es gab, äh... Also diese Spiele irgendwie, die hatten da irgendwas falsch programmiertes und dann konntest du über das... Ganz bei Twilight Princess konntest du machen. Genau, genau. Bei Twilight Princess, da konntest du mit einem manipulierten Spielstand, wo der Name vom Pferd zu lang war, konntest du dann von der SD-Karte zeugten, boah, fuck, nachladen und sowas. Ja. Ganz abgedreht. Nice. Ich krieg wieder alles ab. Es war hier irgendjemand weggetreutet, dich. Null. Ich bin Erster. Nice. Das wird aber halt nicht lang so sein, ne? Nö, böse. Wie immer. Ich grabbe mir jetzt hier das Item. Oh ne, was mach ich? Oh ne. Ich werde jetzt glaube ich gleich von meinem eigenen Shell abgeschossen. So, neun Münzen hab ich jetzt. Es kommt ein Guter, es kommt ein Guter, es kommt ein Guter, es kommt ein Guter. Es war klar. Die Todette, Alter. Ha! Wird aber auch abgeschossen. Nein, ich kenne Münzen von der Gute. Okay, den coolen Panzer behalten wir mal. Welchen Platz bist du aktuell? Oh, fünfter, ich bin nur runtergefallen ins Wasser. Nein, nicht nur. Ja, sehr schön. Im Prinzip ist nur wichtig, wo man anfangen dritter Runde ist. Das stimmt. Alles davor ist einfach zu random. Ja. Ich bin ein Zehnter, weil es so geil runtergefallen wird. Da ist da, da ging es leicht. Kriegt man eigentlich mehr Boost, wenn man vom Gas runter geht? Ne, ich glaube nicht. Also das wäre mir jetzt neu. Ich bin bis weit vorne, ich sehe gar niemanden. Ist geil. Ich bin vierter. Also hinter dir sind, ist der Hitler. Der Hitler? Geil, es geht jetzt ab. So, grüne Schell am Start. Oh, das war scheiße. Ah ne, die können mich nicht mehr einholen, glaube ich. Außer jetzt kommt bestimmt ein kleiner blauer Panzer. Oh, oh. Alter, warum sind denn die so schnell? Ich habe zehn Münzen, die können nicht viel schneller sein als ich. Was spielst du denn da? Peach mit diesem Flammenmotorrad da. Ich war Zweiter und die haben mich alle überholt, obwohl ich zehn Münzen habe. Das geht gar nicht eigentlich. Nein! Oh, schnup. Ich wollte dich besonders geil noch ins Ziel sliden. Ah, ich habe gewonnen. Woohoo! Let's go! So, ich wollte jetzt gerade noch was reißen, aber bin jetzt achter, weil ich es nicht gelesen habe. Ich habe gebremst, kurz vorm Ziel nochmal, um eine Box zu kriegen, aber das war nicht so sinnvoll. Guck mal, der Heatler, der tut mit Bewegungssteuerung spielen. Ja, ich habe es schon gesehen. Es gibt bestimmt irgendeinen Vorteil, wollen wir wetten? Ich tue gerade rein, müssen wir mal gucken. Komma, Hawk Payne spielt auch immer mit Bewegungssteuerung. Macht er? Ja, ich glaube schon. Oh, die sind gelieft. Emote. Ja, sehr schön. Das ist ja gebashed, Alter. Etwas nachsicht. Lass uns noch warten. Wozu? Aber warum gibt es dieses Emote? Lass uns noch warten, weil wozu? Keine Ahnung. Bis jetzt haben wir nur unsere Strecken gespielt, die wir gewählt haben, oder? Ich glaube schon. Was kommt jetzt? Eine deine. Ja, cool. Nice. Die, die hat ich auch gewählt. Die machen alle random. Wahrscheinlich sind es übelste Suchtlappen, die schon so viel gespielt haben, dass denen jetzt mittlerweile egal ist. Scheiße, ich habe das verpasst. Gut, ich auch. Ich habe auch ein Boost verpasst. Ich habe einfach so gelabert, willst du? Und dann habe ich schon mal gedrückt, so. Auch Boost verpasst. Und jetzt habe ich auch mal dieses Ding verpasst. Geil. Läuft bei mir. Okay, ich bin erster. Hawk. Nice. Ding, 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 ding. So, zehn Münzen schon am Start. Das ging aber schnell. Ich habe eine. Nein. Jetzt wird gejumpt hier. Juhu. Ich seh wieder keinen Typen hinter mir, das ist geil. Was spielst du für ein Kart? Dasselbe wie du. Das Flammen-Ding? Ja. Und was warst du für Reifen dran? Also ich hab diese rosa Dinger. Die Lauen hab ich. Ah, Default? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das die Defaults sind. Kann ich dir gar nicht so ruhig sagen. Boah, ist das Kali ein bisschen spannend hier. Den Gegner in meiner Nähe. So, schon Runde 2, ja? Runde 3. Alter, bist du weit vorne. Aber wie? Hier. Ich weiß gar nicht warum. Boah. Blitz-Source. Blitz-Source und der Typ mit dem Stern hinter mir wahrscheinlich jetzt vorbei, oder? Der KK. KK, thanks bye. Jetzt wird's geschleidert hier. Nein! Okay, wieder 10 Münzen. Ich seh gar niemanden. Alter, ich bin so schlecht teilweise manchmal. Haha. So, jetzt hier. Jetzt könnte es spannend werden. Ich hab jetzt noch einen Shell gekriegt. Alter, wie langweilig ist das gerade? Bist du von Anfang bis Ende erst, oder was? Ja, fast. Also ja. Nice. Gewonnen. Das ist Skill! Sieht man mal wieder, wenn man irgendwelche übertriebenen Power Chars nimmt, dass man da relativ gut dabei ist, ey. Ah, ich bin wirklich so viert, ey. ja. So, nächstes. Next. Genau. Die KD wird jetzt gepusht hier. Mit der Noob, glaube ich. Ja, der Hase echt so zwei richtigen Bobs dabei auch. Na. Der Hase läuft. Genau. So, was nehmen wir? Äh, der Hase ist so zwei richtigen Bobs dabei auch. willst du sag ich hochladen hiermit mit gelaber dabei oder klar ach so okay also ich ja ich nehme ich den plus die gameplays auch als was haben oder passt das ja man muss man muss ja nicht auf beiden tipps das gleiche zeigt ja ich nehme mit gelaber auf dann weiter machen hier pass auf jetzt kommt immer das piste weil heute nur unsere strecken kann kommen wahrscheinlich ich wollte das dann noch gleich leiden und den ersten teil dann hochladen ist gut und leute jetzt wartet halt mal was geht warum geht sie weiter weil sie zu blöden zu bauten der brillenmann hat jetzt ganz schlau überlegt was er nimmt ja und hat zu spät gedrückt es ist random und jetzt kommt mal ein piste der hamid ist auch der hamid wo ist da ganz unten mit dem afro in der brille kam es ja der hat bestimmt die sounds für court vier damals gemacht es gibt ja in der wiki sogar so eine übersetzung was sie sagen echt ja und was sagen die die sagen ja gar nicht tango sacca in mw2 na sondern irgendwas anderes ich mach kacka die sagen ja so was mir ich keine ahnung angestürbt jetzt gibt es den dicks uah speedwarp hier es leider geiles leider endlich ja ja du wolltest gerade abschießen ne max zwar hintermiss aber ein roter panzer trifft jetzt natürlich mich und nicht ich weil du vor mir bist du hast mir am ordentlich vorsprung ich bin jetzt getroffen mehr oder zweiter ich habe eine geile tröte na die hebe ich jetzt auf bis zum ende des spiels das würde ich auch machen wobei da manchmal da kriegt man dann immer noch ganz gute andere items aber halt auf dem ersten weiß nicht wahrscheinlich eher nicht na ja keine ahnung schon wieder ein roter panzer ich kriegt alle roten panzer ab von hinten immer noch zwei immer noch zweiter die zerstören die gerade oder ja es sagt halt ich fange so alles ab quasi naja finde ich gut so werde ich wahrscheinlich wieder erster bis zum ende ja aber locker wahrscheinlich wenn es so weitergeht aber das ist halt du musst von anfang auf jetzt haben scheiße gebotten ja also ganz so geil wie ich am anfang dachte dass es design haben ist es nicht es ist schon wenn du musst am anfang irgendwie glück haben schnell wegkommen und dann ja weil da hinten ist übelst das rumgebetten ich werde mich ja dann überholt ja bin ja auch mal überholt damit sollen das ich finde es cool dass die slidespuren immer noch zu sehen achten es kommt erster panzer die kannst du weg tröten scheiße zu spät oder geschafft hast du nicht geguckt wann er kommt ich habe einfach gedrückt ne alter das ist skill gameplay hier an da hast du skill cap erreicht der mario kart ja so dicker ich habe gewonnen als unter einem ziel was wird richtig gerate die amok bester weiter geworden ich muss ja ich muss auf die strecke gucken da sind ja manche noch nicht mal halb durch die besten gameplays wie auf der xbox damals in call of duty erspielt man immer am wochenende ja das ist aber normal am wochenende haben das damals haben so viele bobs eingeloggt am wochenende das weiß ich noch richtig krass das war das war aber auch die zeiten wo man so die richtig kack waffen erspielen mit richtig kack waffen gameplays erspielen konnte weil ich bobs da war ich weiß schon man sieht doch schon dass die so übelst lange brauchen die sind wahrscheinlich übelst exited die haben sich jetzt gedacht okay wir gehen jetzt raus und wir liefen jetzt die haben uns so gerate traint alle und das haben uns richtig durchgenommen genau weggekackt haben wir uns weiß ich von wem das kommt ist das ausgedacht das wird sich auch mal gern manche sagen jetzt kommt von money boy ja wobei es irgendwie passen würde dem sein dem sein konzept basiert er drauf dass er das ganze so ein bisschen so verarscht er so wie der aussieht kommt er aber keine weg ja weiß was ist der geile checker und max wegen jetzt kein item gekriegt ja und ich habe keine münzen gekriegt weil ich so geil rumgefahren bin dieser antoni oder wie der ist die müssen wir reden die erste und zweiter und dritte und zu dem offer ich habe den nur seinen panzer weg geschossen der typ der ist nicht schlecht fahrt ihr oben lang ich fahr jetzt oben lang ja ich finde es sagt nee du musst du musst ja das sagt du musst auch irgendwie genau aufkommen damit das was taugt aber das ist eigentlich richtig schlecht oben lang zu fahren zwar erster zweiter habe ich ein glück gehabt zwar richtig oder roter panzer von hinten natürlich ich krieg nur münzen nein ich hab's klar er piste scheider ich kriegste nicht ich habe mich gerade gefreut irgendwie dass du an mir vorbei bist ich hab geguckt so oh ja da ist der max und bin da ja erst mal gegen die bande halle richtig scheiße als wie weit man manchmal fliegt einfach nur na ich krieg nur kack münzen ich habe gerade eine bombe gekriegt auf dem zweiten platz das finde ich nicht gut ich habe ihn nach hinten geworfen ach naja ist vorsprung ausbauen ja ich kriege einen roten panzer ab und kann sagen da kommt ein roter panzer aber da hatte ich und ich bin ins bild gefahren fakt nice und ich habe drei rote panzers tut mir leid mag es tut mir leid aber die egal egal ich krieg jetzt gleich speed bämm ich hab ich bin nicht viel hinten dran ich habe alle meine panzer auf die ich jetzt das habe ich gesehen ich bin übelst das war richtig geil aus ich habe nach hinten geguckt habe den panzer gesehen und bin weggestellt aber wie das war richtig geil ganz knapp weggeslidet also ob ich klicke jetzt die ultra alten bäschte schon ne ich klicke ne münze geil scheiße heiß und die banale ice grillcap alter ist heute angesagt und es geht ab bäschte gerade naja metal mario was willst du erwarten metal mario und dingsbums peach ist ja klar irgendwie aber die richtigen brust die fahren karts oder halt nicht dieses motorrad was wir hier fahren weil du kannst du dieses dieses jumpen machen also dass du länger boost hast du was ja gut das brauchen wir ne wir gewinnen auch so das ist einfach ja man es gibt halt immer so man muss halt einfach unterscheiden es gibt auch die können dass uns leute können das nicht natürlich sind wir einheitlich leute die können so logisch oder